Ich gebe aber erstmal ein bisschen Energy hier Yo Leute, was geht jetzt? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Smash auf dem Shotgun-Server wieder mal Wir spielen hier... Wie hieß der Werk nochmal? Zu Ruinen oder sowas? Keine Ahnung Auf jeden Fall, es geht direkt los Ja, hier habe ich noch nie gespielt, auf jeden Fall, das weiß ich Aber, ja gut Was gibt's nicht so schönes? Also krack, Kettenbrücken, ja, was soll denn das? Alter, das ist viel zu laut, man Meine Fresse Das ist laut Ok, jetzt schlagen die Leute immer bis hin Aber es ist immer noch nur Prozent, Alter Was soll ich da noch schlagen, hier? So, so Ich kann auch immer über dich drauf springen, Alter So Das war mein Schweizer Opfer Oh Oh, so knapp Was ist das? Nein Was für Geräusche hier, Alter, what the fuck? Komm doch Komm doch Ich habe immer so Angst, dass dieser Double Jump Dingens da mal ein bisschen rumbackt Ich bin schon verreckt, Alter Ich dachte, du siehst mich so oft Ich dachte, du siehst mich so oft Ich kann das Kind, ey Ich kann das Kind, ey Der Scheiße, ey Ich kann das Kind Oh Ja, da habe ich ihn Ne? Ach ja Ja Gleich noch einmal gekillt, ey Ich bin auch zu gut Ich bin auch zu gut Wie ist, Alter? Wir haben auch nur zwei Leben, okay Aber was sind denn die anderen Pistade hier? Äh, ja gut Äh, ja gut Ist hier runter? Ne, ne? Hallo Wo seid ihr denn? Oh, mit dem Eisen Jetzt kommt der Tipp schon wieder Apfel, okay Ja, der kann natürlich schlecht hinten machen Ich habe gleich noch 100% und shit Warum abgesetzt ich den Boden, Alter? Dumm oder so? Yo Da hat er mich LOL Ich dachte, man fliegt weiter, aber okay Steinschwert Oh, nur noch vier weiter Okay Komm Badlands gegen eins Wo wischen du Ach, da vorne nicht Yo LOL What the fuck Ich bin noch so eine ganz brauche gelaufen, heute Halt mal GT auf jeden Fall Ich bin zweiter geworden Ich war Topkiller, okay Ja, auf jeden Fall Ich denke mal, wir spielen gleich noch eine Runde Ich gebe auch hier erstmal ein bisschen Energy hier Natürlich So macht man das Prost Leute Ja, ich hoffe, wir spielen auch nochmal mit, oder? Der meine Crafter 0,2, 0,3 Und dann geht es auch gleich schon wieder los Also Ich bin jetzt mal nur zu zweit Okay Ernst, hau, wir sind nicht spielen, Alter Dein Ernst vermag Oder warst du auf nur dumm gerade Bisschen so, ne? Ganz spätest da mal Du fliegst dir alter Soll ich verarschen? Hä? Wie kannst du fliegen, du Basta? Ich hab am Anfang schon, dass du gar nicht mitspielen willst. Aber okay. Dann läuft die Scheiße. Yo, du Basta! Der ist gar nicht mal schlechter Top. So was wir hier? Eine Feuerblume. So, komm her. Was soll ich hierher kommen? Ach komm. Kleiner Ruhe und so. Ja, die ganze Zeit hier rumspringen, bringt auch nichts. Ja. Der hätte mich richtig gut gerade. Hab ich? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Irgendwo noch so ein Special-Item-Scheiße rumliegen. Nicht. Ach, hier ist noch ein bisschen Fleisch. Mensch. Na? Der Angel. Äh. Okay. Okay. Jaaa. Pasterd. Lol. Scheiße, Mann. Der war geil. Okay. Ach komm. Du kleine Mist geworden hier. Lass du durch den ganzen Map-Mans sein muss. Habe ich dich jetzt? Geht doch. Ach komm. Ich hoffe nur, ich bin noch nicht so dumm und das Ender-Auge, was ich in der Hand halte, äh zu benutzen, um mich zu retten. Ach komm. Scheiße. Scheiße, ich hab's benutzt. So ein Versehen. Und jetzt, wenn ich das nicht habe. Schau. Ach komm. He? Das ist ein Kind, ey. Scheiße, ey. Ich hab aber verloren. War aber ne geil Runde. Tz. 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 Chichi aufjedenfall. Ist ein cooler Tipp. Ja, wollen wir noch eine Runde, dann komm, wenn der Tapie bleibt, wein noch. Ich hab kurz warten hier. Der hat ja meine Kraft, Alter. Ach, da kommt noch einer dazu. Und jetzt geht's schon wieder los, okay. Ja, der hackt doch alles heute an. Lol. Lol. Kann ich da oben stehen, ey. Ach komm. Aber ich bin nicht dumm, warum tritt ich auf der Draugel. Jetzt hab ich 100% ein. Scheiße. Ja. Wo ist denn jetzt das andere Tap? Der ist da drüben, okay. Ach, der ist rausgegangen, Scheiß. Ja. Ja. Jetzt sind wieder nur wir beide, ne. Ach komm. Okay, komm her. Okay, komm her. Komm, ich krieg dich noch. Bei den Aufwand. Doviel Trocken. Ja. Ich kann nicht schief's nicht schief. Ich habe beide leben, okay. Komm, tritt auf dich das Plattetraue, Alter. Hä, da unten liegt so eine Scheiße hier. Hä, die sind für Rocket Lounge, alle sind billig. Den hat er jetzt, Scheiße. So. No, das meine ich. Echt, das ist echt gut. So. GG. So ein Scheiß-Item hier irgendwo. So ein Scheiß-Item. So ein Scheiß-Item. So ein Scheiß-Item ist ja da drin, Alter. Wir verrecken, Alter. Natürlich überlebt ihr die Scheiße. Ey. Jo, das war heftig 136% Wo ist denn jetzt wieder? Feuerblume am Start Wo ist denn jetzt? Ja, haben wir geblieben Habe ich? Perfekt Heidein Kill Ich habe nur 12% Das ist doch schön Hier mein Schot, warte, meiner, meiner Scheiße Da muss ich jetzt so packen hier und mich hier runterschmeißen Ach komm Ey, der hat so viele Items jetzt mal Das geht auch nicht hier Jetzt aber Ey Was bist du für'n Spast, Mann Nicht mit der andere Das wird weh Ja, nein Hab ich schon... Oh Wunderschöner Abschluss Cheetah auf jeden Fall Ja Leute, ich hoffe es hat euch auch wieder mal gefallen, natürlich. Wir sehen uns natürlich morgen wieder, ne, um 18 Uhr. Haut rein und, äh, ciao.